Mit Freuden ernten Erfahrungen in Lebenskrisen Von Beate und Winrich Schäffbuch Die heutige Erzählung trägt den Titel Georgie P. Wiens, 8 Jahre in sibirischen Straflagern Christus kann man nicht vernichten Es war im Februar 1967 In Solikamsk, der Salzstadt an der Kama im russischen Ural steht ein Lastwagen vor dem Bahnhof Man kennt den Wagen Die Leute nennen ihn nur den Schwarzen Raben das gefürchtete Fahrzeug der Polizei zum Transport von Häftlingen Auf der Pritsche nimmt eine Gruppe von Häftlingen Platz Straflager Cepetschanke heißt das Ziel Auf dem Thermometer steht die Markierung bei minus 40 Grad Während der LKW über die vereisten Straßen nach Norden rollt sitzen die Gefangenen nur wenig geschützt im kalten Zugwind Einer der Gefangenen ist der 39-jährige Georgie Wiens Schon sein Vater, Peter Wiens, musste vor über 30 Jahren über die gleiche Straße nach Norden ins Straflager im Ural marschieren Als unerschrockener Gemeindeleiter wurde er 1930 zu drei Jahren Haft verurteilt Damals war Georgie noch keine zwei Jahre alt Mit seiner 23-jährigen Mutter lebte er in der baumlosen Steppe am Fuß des Altaigebirges nahe der mongolischen Grenze in der Verbannung Mit acht Jahren sah Georgie Wiens seinen Vater zum letzten Mal Die Geheimpolizei spürte damals in Omsk in Sibirien die Wohnung auf Wo Vater Wiens heimlich die kleine Gemeinde in der Bibel unterwies Nach einer weiteren Verurteilung des Vaters zu zehn Jahren Straflager in den stalinistischen Christenverfolgungen glaubte man lange Zeit, er sei 1943 in einem Lager im Bezirk Magadan an der Ostküste Sibiriens verhungert Erst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus fand sich in den Archiven des Geheimdienstes der Hinweis dass Vater Peter Wiens schon 1936 im Alter von 39 Jahren von den Kommunisten erschossen worden war Die Zahl derer, die damals unter Stalin gefoltert und umgebracht wurden geht in die Millionen Ohne den Mann zog nun die Mutter mit ihrem Sohn Georgie nach Kiew in der Ukraine Nach der Schule ließ Georgie sich am Polytechnischen Institut als Elektroingenieur ausbilden 1962 wurde er als baptistischer Evangelist und Prediger im Nebenamt eingesetzt Unerschrocken wirkte er in den Versammlungen der verfolgten Hausgemeinden Deshalb nun wurde Georgie Wiens am 1. Dezember 1966 in Moskau zur Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt Man hatte ihn als einen der Leiter im Rat der unabhängigen Evangeliumschristen Baptisten angeklagt Diese bekennenden evangelischen Gemeinden trafen sich damals ohne staatliche Erlaubnis in Wohnungen oder auch in Wäldern im Freien zum Gottesdienst Aber auch wenn sie sich um eine behördliche Registrierung bemühten wurde sie ihnen verweigert Nachdem Georgie Wiens nach Abbüsung seiner Strafe entlassen worden war verhaftete man seine Mutter Abends um 22 Uhr griff die Geheimpolizei zu als die 64-jährige Lydia Wiens gerade ihre Enkelkinder hütete Georgie Wiens protestierte in einem fünfseitigen Brief an die Regierung Es wurde ihnen berichtet über die zu Tode gequälten Christen von Kindern, den Eltern entrissen von aufgelösten Gottesdiensten zerstörten oder beschlagnahmten Versammlungshäusern von Hausdurchsuchungen von Verhören kleiner Kinder von Jugendlichen die wegen ihres Glaubens die höhere Schule nicht besuchen durften von bösen Verleumdungen Mit der Verhaftung meiner Mutter greift nun die Verfolgung auch sie als Vorsitzende des Rates der Angehörigen der Inhaftierten an weil dieser den Mut hatte ihnen gegenüber alle Ungerechtigkeiten aufzuzeigen Aber es ist noch nicht alles aufgedeckt Lydia Wiens wurde im Februar 1971 zu drei Jahren Straflager verurteilt obwohl ihr Gesundheitszustand sehr schlecht war Auf einem Zettel schrieb sie aus dem Gefängnis Sei tapfer und mutig denn ohne den himmlischen Vater wird kein Haar von eurem Haupt fallen Weil Georgi Wiens auch nach seiner Entlassung aus dem Straflager weiter für den Bund der vom Staat nicht registrierten Hausgemeinden der Evangeliumschristen Baptisten tätig war wurde er 1974 erneut verhaftet und zu fünf Jahren streng im Straflager mit anschließender Verbannung verurteilt Diesmal ging die Fahrt mit dem Schwarzen Raben in den hohen Norden Sibiriens nach Jakutien Man hatte Wiens auf diesem Weg als einzigem unter den Gefangenen Handschellen angelegt Auch im Straflager wurde er als besonders gefährlich mit einem roten Streifen markiert In den harten Wintertagen als der Frost auf minus 60 Grad fiel wurden ihm die grauen Sperlinge zum Trost Während die anderen Vögel längst in den Süden nach Japan oder auf die Philippinen gezogen waren hängten sich diese Spatzen in der eisigen Kälte an die verhältnismäßig warmen Balken Georgi Wiens dachte an die Worte von Jesus Kauft man nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig Dennoch fällt deren keiner auf die Erde ohne euren Vater Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt Alle gezählt Darum fürchtet euch nicht Ihr seid besser als viele Sperlinge Da kamen Georgi Wiens fröhliche Gedanken wenn er diese Vögel anschaute Wenn die vom Herrn nicht vergessen sind Vergisst er auch uns Menschen nicht Gott gab seinen Sohn zu unserer Rettung Welch eine Freude ist es ihm zu gehören ihn zu lieben sein Streiter zu sein und ihm die Treue zu bewahren Auch während seiner Haft wuchsen die evangelischen Hausgemeinden in der Bedrängnis stark Besonders viele junge Menschen kamen zum Glauben Es war gelungen eine Geheimdruckerei aufzubauen in der neue Testamente und Liederbücher in mehreren Sprachen gedruckt wurden Zwei kleine Evangelien im Miniformat aus dieser Druckerei konnten ins Straflager geschmuggelt werden 15 Kapitel des Johannes-Evangeliums versteckte Georgi Wiens in den Absätzen seiner Schuhe Das Markus-Evangelium nähte er in den Saum seines Unterhemds Wenn er diesen Rand mit der Hand festhielt konnte niemand das Versteck bemerken Beim Lesen im Schlafsaal konnte Georgi Wiens es so in der Hand halten dass es nicht zu sehen war Die Häftlinge verrieten sein Geheimnis nicht Ein Mithäftling der wegen Mord eingesperrt war wollte auch das Evangelium lesen Nachdem er die 15 Kapitel des Johannes-Evangeliums gelesen hatte fragte er Mehr hast du nicht? Als Georgi Wiens ihm dann das Markus-Evangelium reichte fragte er verwundert So klein Ist das ein echtes Evangelium? Nachdem er das ganze Evangelium durchgelesen hatte sagte er Die Wahrheit ist schutzlos Aber sie ist unbesiegbar Christus hat man umgebracht Doch er lebt Er lebt auch heute in denen, die an ihn glauben ihn liebhaben und für seine Lehre leiden Christus kann man nicht vernichten Der Glaube an Gott ist eine große Kraft Georgi Wiens begriff seinen Platz im Straflager als von Gott zugewiesen Als Prediger des Evangeliums bekümmerte ihn das Schicksal von tausenden von Häftlingen die nichts von Jesus Christus wussten Das ist ein sehr verantwortungsvoller Dienst konnte Georgi Wiens sagen den mir Gott aufgetragen hat Ganz überraschend wurde Georgi Wiens 1979 durch Bemühungen des amerikanischen Präsidenten gegen russische Spione ausgetauscht und nach Amerika abgeschoben von dort war sein Vater einst als amerikanischer Missionar nach Russland gekommen Erst 1988 wurde der letzte baptistische Gefangene aus einem russischen Straflager entlassen Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion widmete sich Georgi Wiens mit großer Hingabe der Evangelisation in seiner alten Heimat Ein Gehirntumor brach aber rasch seine Lebenskraft Am 11. Januar 1998 rief ihn Jesus Christus dem er diente Heim in seinen Frieden Heim in seinen Frieden Untertitelung des ZDF